Wir haben noch kurz eine Nebenquest. Ich brich in die Polizeistationen ein. Das möchte ich noch gerne machen. Die Kompfärmung. Ich fühle mich so gut. Die Kompfärmung. Ich fühle mich so gut. Oh, 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 oh. So kommt man rein. Nein. Okay, okay. Schlüssen zur Zelle 02. Nein, whoops, wer kommt hier? Hmm. Hmm. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 2,96. Oh, komm, jetzt, wir hauen das mal weg und nehmen den. Oh, 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 oh. Wie kommt man hier rein? Hier, ich ziehe. Wow, das funkt und macht hier drin ganz gewaltig. Ich weiß, Frau. Schau. 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 Solche察 starten sie in der BTW, wenn du im guter Krieg genannt habst? Es hat aber nochstens, dass es gerade in der pelo Rotkaliber patronen hat es hier, das muss man sich wohl merken hier ein bisschen. Oh, Schrot 296. Und was hat meine? 322. Ja, das lassen wir mal schön sein, oder? Okay. Okay, hier hat es viele Sachen. Hier werden wir nochmal zurückkommen, wenn wir in Not sind, weil hier sind die einfach nur aufzulesen. Besser geht es nicht. Oh, Schrot zählt. Oooo Edition